Ja, moin Leute, herzlich willkommen! Ich habe es leider noch nicht geschafft, vorzuarbeiten und die nächsten Level vorzubereiten. Das müssen wir leider ein bisschen verschieben, ein paar Tage. Aber wir haben ja auch noch so ein paar andere Sachen zu tun. Wir gucken mal, wir klappern mal die Planeten ab, wie es denn da aussieht. Ja, hier waren wir ja noch nicht. So, Arton, da gibt es ja nur Bonus-Level. Daka, da gibt es noch so ein bisschen was. Da wollte ich aber erst mal warten, sodass wir es am Ende vielleicht komplett durchziehen können. Das machen wir ganz zum Schluss, denke ich mal. Hier haben wir ja nichts. Hier haben wir nichts. Den haben wir komplett. So, toll, haben wir ja auch nur Bonus-Level. Takodana ist fertig. Endor haben wir ja nur den Prolog. Jakku haben wir ja schon fertig gemacht. Das heißt, ja, eigentlich fehlt nur noch Dakar und die Starkiller-Basis. Und ich würde sagen, machen wir einfach mal die Starkiller-Basis. Ach, guck mal, und hier Starkiller-Zerstörung gibt es ja auch noch, ganz am Ende. Da bin ich mal gespannt, was das ist. So. Also, ab geht's hier hin. 55 goldene Blöcke. Also, da werden wir erst mal mit beschäftigt sein. Und... Guck mal, können wir wieder ein bisschen basteln. Oh, das überdeckt ja das andere total. Müssen wir es so rum machen. Jetzt fliegt der andere so weit vorne. So sieht es auch ganz cool aus, oder? Da könnte man jetzt denken, das ist das von Raumschiff Enterprise. Weil das vorne so eine große Kugel, so eine große Ebene hatte. Naja, so ein bisschen zumindest. Egal. So, dann fangen wir mal an. Quest. Diesmal ist der Widerstand so weit gegangen. Ich wäre dir sehr verbunden, wenn du die Schiffe des Widerstands ausschalten könntest. Machen wir. Aber wir sind jetzt so ein bisschen auf der Seite der Bösen. Tja, das Kommandoschiff. Oder T-Jäger. Oder beides gleichzeitig. Ja. Da war es eigentlich ganz gut. So. Dann ballern wir mal die X-Wings ab. Oh, ich nehme den hier. Die finde ich eigentlich ganz cool. Zeigen wir mal... Hei, hei. Zeigen wir dem Widerstand mal, wer es hier drauf hat. Aber wir scheinbar nicht so. So, den holen wir uns aber hier. Oh, ich habe die Bremse reingehauen. Ah, ne, wir dienen hier. Ich mag die T-Jäger viel lieber. So, das war gut. Der braucht Hilfe. So, jetzt kommen wir doch gut voran hier. Oh ja. Im Sekundentakt. So, bei den T-Jägeren weiß man gar nicht so genau, was oben und unten ist. So, einer noch. Einer noch. Da ist er. Ich kann mich nicht entscheiden. Aha. Fünf von diesen großen. Hei, hei, hei. Ah, kriegen wir den anderen auch? Den kriegen wir auch. Alter, was ist denn da los? Ist da schon die Starkiller-Waffe abgeschossen? Ja, das war es auch schon. So, jetzt haben wir hier ein bisschen Zeit. So, zack, zack, zack. Irgendwie muss man sich die Zeit ja rumtreiben. Oh, das ist eigentlich schon ziemlich gut. Yeah. Als wäre es einfach ein bisschen farblich anders. Naja gut, so viel Unterschied macht es nicht, weil das schon so schwarze Bereiche sind. Naja. Ist egal. Aber es sieht schon cool aus. So. Sehr gut. Wundervoll. So. Was haben wir hier? Ähm. Wir brauchen mal hier ein bisschen Macht. Kann man nie genug haben. Da möchte jemand gekauft werden. Hey. Ich bin dein Boss. Officer. 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 Oh mein Gott. Offizier. Sumizu. So, da brauchen wir sie. Hast du gerade nichts zu tun? Naja, jetzt schon. Einer meiner Arbeiter ist verschwunden und die gesamte Sanitärabteilung wartet auf die Teile, die er besorgen sollte. Hier, eine Liste. Hol alles, bevor einer der Tanks überläuft. Okay, okay. Wenn wir nicht die gesamte Ausrüstung bekommen, brauchen wir gar nichts. Nun mach schon. Ja, ja, ist ja gut. Das reicht aber noch nicht. Ein Pömpel noch und fünf von den Dingern, von den anderen. Was haben wir hier? Kann ich nicht? Hallo? Kann ich nicht? Und jetzt links? Ah doch. Okay, aber das ist, glaube ich, eher was. Ja, geil. Super. Okay. Dann nehmen wir doch einfach die Ray. Oh. Da war doch schon das, was wir brauchen. Okay. Na, wenn das so einfach ist. So, und ein Pömpel fehlt uns noch. Haben wir hier noch irgendwo? Ganz da hinten links. Ja, wahrscheinlich. Da oben ist er. Ich finde es immer so traurig, wie der Kopf da nach hinten geht. Na, endlich. Das wurde aber auch Zeit. Damit da da durchkommt. Ich bringe das den anderen Arbeitern. Oh, hier. Das kannst du haben. Denk besser nicht daran, wo ich das gefunden habe. Wenn auch nur einen Tag lang mal nichts schief gehen würde. Was will er denn? Muss uns der schon wieder nerven hier. Haben wir hier irgendwas hinter? Wahrscheinlich nicht. Langweilig. Haben wir doch gekauft. Wie ist das immer noch da? So, kann er die annehmen auch? Nö. Ist ja auch kein Schrottsammler. Siehst du die Helme der Sturmtruppler? Diese Helme sind echte Design-Klassiker. Ich würde sie so gern sammeln. Aber die Sturmtruppler wollen sie aus irgendeinem Grund nicht hergeben. Ich glaube, ihr Boss macht sie zur Schnecke, wenn sie sie nur abnehmen. Ja, wenn jemand mir eine komplette Sammlung beschaffen könnte, wäre ich überaus dankbar. Okay. 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 Ist das nix für ihn hier? Ne. Muss man anders irgendwie noch ran. Okay. Aber wir wollen ja sowieso erst mal sammeln. Haben wir hier irgendwo... Ah ja. Ach so, das war's schon. Okay. 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 So, hier ist noch was. Wieso geht das nicht kaputt? Ah, deswegen. Chewie? Sehr gut. Ach, herrje. Das ist ja weit. Welche Richtung? Noch weiter. Da raus. Ruckelt ein bisschen, ne? Okay. Krass, wieso ruckelt das so? Mann, Mann, Mann. Das ist ja nicht so schön. Was ist das denn hier? Okay. Nix besonderes. Alter. Wieso ruckelt das so scheiße? Ey, ist ja voll übertrieben. Heftig. Ah, hier ist ja ein Druide. Ja, das geht ja gar nicht. Ist unfair, einen Spieler, der Lex hat, anzugreifen. Ja, macht, glaube ich, wenig Sinn, hier weiterzumachen. Da muss ich mal gucken, ob es am Computer liegt oder am Spiel. Oh. Jetzt geht's gerade wieder. Keine Ahnung. Ahnung. Aha. Gut. Drei von eins. Okay. Mh. Einen haben wir von denen noch nicht gekauft, oder? Nee, eigentlich müssten wir alles haben. So, da müssen wir noch rein. Okay. Ah, wie tropfen das? Wie tropfen das? Wie tropfen das? Wie tropfen das? Sehr gut. Das sind alle, alle Helme. Oh, wie schön. Ich wünschte, ich hätte mir Köpfe, damit ich sie alle tragen könnte. Was ein Freak. Da freut sich die Pasma. Gut, dann nehmen wir mal den guten Vader. So, jetzt ist es aber was für ihn. Und ein Karbonitstein. Das hatten wir. So. Hier wollten wir noch hoch. Meine Herren, die hat er drauf. Sehr cool. Ah, hier oben ist nichts mehr. Ne. Wie oft denn noch, die Gefangenen sollen nicht frei rumspatzen. Okay, Entschuldigung. Ach, er ist nicht gut genug. Dann nehmen wir doch den Finn. Wenn du es noch nicht bemerkt hast, hier ist es ziemlich kalt. Da haben wir überraschend viele Whirlpools für eine streng geheime Militäranlage. Der für diesen Sektor ist aber kaputt. Ich brauche jemanden, der ihn repariert. Ich würde unseren Techniker fragen, aber da er Kaffee auf Kylo Rem gekleckert hat, ist er ja nicht mehr da. Okay, so, Whirlpool reparieren. Das ist der Whirlpool. Das ist doch immer daran gut sein soll, wenn die Schläuche abgehen. Gute Arbeit. Alles klar. Ja, genau. Gut, Leute, nächste Folge geht es weiter. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntagabend, Nachmittag, wie auch immer. Und wir sehen uns. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.